Heute ist 31. Mai 2021. Ich bin wieder am Sibaschsee, an dem heilen Ort, wo unsere Heilerde herkommt. Die Hauptsaison hat noch nicht angefangen, aber es kommen schon vereinzelte Menschen dahin und da stehen schon Schattenspender, Duschen, Toiletten und unser Lieferant Herr Wegowski empfängt gerade auch eine Gruppe da hinten und erzählt ihnen über die Eigenschaften des Heilschlamms und des rosa Wassers. Die Hauptsaison beginnt ab Ende Juni hier. Im Juli, August ist sehr sehr viel los hier. Deswegen, wenn jemand gerne kommen will und etwas ruhiger macht, sollte jetzt im Juni kommen. Amen. Amen. Vielen Dank.